Was denken Sie, bedeutet es heute, ein modernes, familiengeführtes Logistikunternehmen zu sein? Was und wer ist es, der dies alles bewegt, Ihre Güter und unsere Prozesse? Was ist Ihnen als Kunde wichtig? Was uns? Ist es ein moderner, umweltfreundlicher Fuhrpark für den Nah-Fernverkehr und die Benelux-Länder? Oder eine hohe Flexibilität mit Leistungsmerkmalen eines großen Logistikers, der jedoch so flexibel ist wie ein kleiner? Internationalität, Umweltbewusstsein, Lagerfläche, Zertifikate, geschulte Mitarbeiter. Dann passen Sie mal auf. Los geht's! Als erstes sind wir für Sie da. Als Familienunternehmen. Wir sind mit unseren 50 LKWs auf dem Highway der Zukunftslogistik unterwegs. Und das natürlich auch international. Das heißt für uns die Benelux-Länder. Täglich fahren wir in die Niederlande und nach Belgien. Die komplette Import- und Exportabwicklung läuft über uns. Und der Highway verlangt einiges. Deshalb setzen wir auf neueste Fahrzeugtechnik. Euro 6 ist bei uns Standard. Als Logistikdienstleister bekommen Sie von uns alles aus einer Hand. Von der Beschaffungslogistik über Entladung und Palettisierung von Überseekontainern, über Einlagerung und Kommissionierung und produktionsgerechte Anlieferung. Dafür haben wir ein Areal von 80.000 Quadratmetern. Knapp 17.000 Quadratmetern Lagerhalle mit einem Gefahrstofflager von 2.700 Quadratmetern. Alles natürlich mit modernster Technik gesichert. Wir sind flexibel. Next Day und Uhrzeitzustellung für uns kein Problem. Unsere Vernetzung innerhalb der 24 Plus Kooperation, der Online-Systemlogistik und weiteren Partnern garantiert immer die pünktliche Logistikabwicklung. Und wer macht das alles? Unser Team. Die Highwayhelden auf den Fahrzeugen, die Lagerhelden in den Hallen und die Speed-Prozess-Organizer in unserer Verwaltung. Nur durch das Zusammenspiel aller können wir Ihnen das anbieten, was uns ausmacht. Logistik für Ihre speziellen Bedürfnisse. Bei uns findet jeder sein Produkt, ob groß oder klein, umweltkonform und zukunftsorientiert. Spedition Hövelmann. Spedition, Logistik, Mehrwertdienste. Wir können Spedition und mehr. Spedition, Logistik, Mehrwertdienste. Spedition, Logistik, Mehrwertdienste. Spedition, Logistik, Mumbai,